Heute gibt es ein köstliches Rezept für Avocado-Salat mit Feta und Tomaten, der super einfach und schnell zubereitet ist. Als erstes die Tomaten halbieren und Feta sowie Avocado grob würfeln. Tomaten und Feta-Schummel in eine Schüssel geben. Die beiden Zutaten werden in einem Dressing aus Öl, frisch gepresstem Zitronensaft, Zucker oder eine Alternative wie Agavendicksaft bzw. Honig, Salz und Pfeffer vermengt. Hinzu kommen noch ordentlich Oregano und eine gepresste Zierknoblauch. Alles vermengen und zum Schluss die Avocado-Würfel vorsichtig unterheben. Die Zutaten findet ihr unten in der Beschreibung und natürlich zum Nachlesen, Ausdrucken und Nachmachen auf meinem Blog www.cuisini-blog.de Link ist in den Kommentaren. Bis zum nächsten Video.